So, einen wunderschönen guten Tag meine lieben diese Freunde. Wir sind noch hier am Warboard. Es ist allerdings schon 11 Uhr 2. Ich musste ja für meine Ruhezeit nehmen. Wir waren ja gestern erst sehr spät hier um 2 und deswegen ist es jetzt um 11. Ich habe Haus und Hofrunde alles schon gemacht. War noch mal kurz im Warboard drin. Habe noch ein paar Sachen gekauft. Dann können wir jetzt aber durchstarten. Maschine steht, Maschine wartet. Das ist wie so ein Rock. Ich mag ihn einfach. Na, das ist ein bisschen zu. Ich hatte gerade irgendwie so eine Niesattacke. Hat hier so irgendwas gekitzelt. So, dann würde ich mal sagen, wir müssen auf jeden Fall tanken. Dann schauen wir das nicht. Ich habe eine schöne Tour nach Fresno bekommen. Und ich glaube für knapp 1000 Dollar. 980 oder sowas. Wir müssen aber auf jeden Fall tanken. Kurz mal hier reinschauen. Das ist der Warboard. Danach geht es ja nach Fresno. Ja, da fahren wir sowieso hier oben lang. Dann passt das. Dann hole ich jetzt erstmal die Fracht ab. Dann fahren wir hier zurück an der Tankstelle vorbei. Genau. Dann will ich heute auf jeden Fall noch in Fresno ankommen. So ein bisschen Pinger mit diesem einen Schild. Jetzt bin ich hier so ein bisschen ausgerollt. Hier vorne wieder rechts rum. Achso, besser so zu fahren, weil ich wäre jetzt hier sowieso nur links rausgekommen. So ein bisschen ausgerollt. Und jetzt hier oben weg. Das ist hier oben weg. Hier oben weg. Und es ist hier oben weg. Es läuft irgendwie ganz anders hier. Mit diesen Instrumenten so ein bisschen eingefasst. gute entscheidung, sie sieht gut aus, gefällt mir ja und dann kann mich der nate eigentlich mit dem mietwagen in fresno dann aufgabeln morgen oh da ist ein hotdog, hätte ich jetzt auch Bock drauf fangen wir mal gerade drüber ich glaube das ist feuerwerk, deswegen ist das so gut bezahlt die tour die sammeln momentan echt feuerwerk für fresno ein, das ist wahnsinnig ich habe ja schon von roger was hingebracht für so ein stadtfest da bringe ich schon wieder was hin, wenn denn die tour noch da ist hoffentlich hallo sir so jawoll ist noch da fresno, feuerwerkskörper sagen wir landen wir noch da drüben kann ich auch einmal um Pudding fahren? ne ne hmm 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 ich sehe mal das was treffen, ich sehe überhaupt nichts im spiegel so dann gehen wir jetzt mal in die außenkamera das nehme ich mir jetzt mal mit an einmal maßrecht so ok rum ich weiß das machen wir normalerweise gar nicht, aber ich sehe sonst über die kleinen spiegel gar nichts und so sehen wir mal den Lkw ist noch nicht schlecht so sehen wir mal den Lkw ist noch nicht schlecht ne das sehe ich ja normalerweise alles gar nicht das sehe ich ja normalerweise alles gar nicht so so wunderbar das Rolltor kann ich dann gleich hoch machen lassen wir jetzt noch kurz so dastehen da ist noch ein Foto ja oh dieses Treffen jetzt hier wenn das Licht mal an ist och mensch jetzt wunderbar gut das wäscher kann man auch raus machen ja dann können wir glaube ich aufladen tsch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017